Erstmal beruhigen. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. So, hallo miteinander. Wir spielen wieder mal GTA. Flash, GTA. Nicht das Richtige. Das Richtige ist zu gefährlich für mich. Oh, das war knapp. Und wir probieren natürlich schnell zu bezahlen. Weil mein alter, guter, schöner Rekord ist ja weg. Wahrscheinlich hat es vielleicht sogar jemand mitgekriegt. Aber vielleicht auch nicht. Es war nämlich so, dass während ich die Karte gespielt habe, wenn sich alle Statistiken zurücksetzt von dem Server. Und auch alle Coins. Und dann, als ich wieder rausgekommen bin, hat das dann alles überschrieben. Sprich, der Rekord von der Map war weg. Und alle Coins. Meine Coins habe ich wieder zurückgekriegt, weil ich per Screenshot und Video und alles beweisen kann, dass ich welche Kette habe. Und wie viel ich gekriegt habe. Aber, es war natürlich dann so, dass ich meinen Rekord nicht mitgekriegt habe. Ich habe es jetzt, glaube ich, wahrscheinlich jetzt echt welche mitgekriegt, weil ich ein Video gemacht habe, wo ich mein eigenes Video auch guckt habe. Also, das ist professionelle Arbeit. Ich gucke immer ein Video, mein eigenes Video nur mehr auch. Ja, weil man da halt dringend sehr hat. Dass ich Coins jede Menge Kette habe. und dass ich Förderplatz auf der Map war. Und anhand vom Hochladedatum von dem Video hat man sehr könne das bla 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 und hin und her. Aber, ich habe es trotzdem nicht zurückgekriegt. Das ist traurig eigentlich. Naja. Da müssen wir uns halt auch strengen. Und möglichst schnell sein. Und gerade sieht es gar nicht so schlecht aus, muss man sagen. So. Das läuft ja gerade echt gut. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich bin noch ziemlich ruhig, aber langsam merke ich, wie loszittert. Hey, hey, hey. Okay, erstmal beruhigen. Ich habe meinen Kaffee gefunden. So, ich habe mich jetzt nicht. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Aber, vielleicht klappt es ja trotzdem, dass wir halbwegs schnell nach da drüben kommen. Ohne mein Herz. Hey, hey, hey. Also, das ist eigentlich ziemlich bitter, wenn man merkt, wie man seine, oder wie der Körper plötzlich im Stress, also das ist ja der brutalste Stresstest gerade. Hilfe. Die Zeit läuft. Und ich laufe. Und ich laufe schnell. Und die Zeit läuft aber auch ziemlich schnell. Und jetzt ist natürlich mein Ziel schneller zum Laufen als die Zeit. Und wie logisch. Ähm. Und logisch, logisch. Was ist los? Der Checkpoint muss nochmal flutschen, muss der. Der muss richtig schön glitschen. Äh, also glitschen so nicht, aber flutschen. Dann schnell laufen, äh. Geläufig sein. Einmal schnell, dann wieder langsam. So. Und zack, 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 zack. Das könnte sogar ziemlich gute Zeit werden. Jawohl. 3,20. Okay. Ich hab's geschafft. Ich darf mich auch mal freuen, oder? Ah. Ah. Ich hab 3,20 knackt. Äh, 3,26. Das war mein bisheriger Rekord, Rekord, Rekord. Und ich hab jetzt 3,20. Und ich hab so ein Herzrasen. Ah. Naja. Jetzt muss ich mich erstmal beruhigen. Was passiert im Chat eigentlich? Ähm, ähm. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich verpack das jetzt als einzelnes kleines Videochen. Weil. Ja. Macht's gut und tschüss. Das. Das ist alles. Dienstle Anklasse. Das ist alles. Alles okay. де Hvord und私is. Ich messe. Vou Büro und bis nach oben. Du süß! Bes golfen mines.